Hallo, wir stehen gerade zusammen in SU Smilla. SU Smilla ist ein Wertprüfungsstamm aus dem Hause Eckendorf mit dem momentanen Namen 4143. Sie wird voraussichtlich im kommenden Jahr zugelassen und befindet sich im Wertprüfungsjahr 3. Was macht diese Sorte so besonders? Sie hat mit dem Hektolitergewicht 6 bis 7 einen Kandidaten, der in der Qualität auf allen Standorten überzeugen kann. Wir haben eine gute Gesundheit und eine ordentliche Standfestigkeit, die das Profil der Sorte abrunden. Saatenunion – Züchtung ist Zukunft